Diese Kopfhörer sind der absolute Hammer im Klangerlebnis. Ich mache hier gar kein Intro, ist mir völlig egal. Diese Soundpeats Engine 4, die ich zum Testen bekommen habe, die gerade auch released wurden, die hören sich einfach fantastisch an. Normalerweise sind bei mir in den Reviews das Klangthema immer so ein bisschen subjektiv, aber diese Teile sind wirklich geil. Vor allem für Musik natürlich, aber auch für Filme gucken. Ich habe die ganze Staffel 3 von PK geguckt. Wahnsinn, dieses Raumgefühl und so weiter. Echt Hammer. Also diese Soundpeats sind wirklich klangtechnisch das Beste, was ich in dem Preisbereich bis jetzt getestet habe. Aber ja, fangen wir von vorne an. Die Soundpeats Engine 4 wurden gerade released und ich habe die vom Hersteller kostenlos zum Testen bekommen und auch ein paar Coupons und so weiter. Ihr findet alles unten in der Videobeschreibung, lohnt es sich mal reinzugucken. Defacts sind wirklich nicht schlecht. Wir haben Bluetooth 5.3, absoluter Standard momentan, oder beziehungsweise das Neueste für Konnektivität und vor allem auch Akkulaufzeit momentan der State of the Art. Wir haben dieses Hi-Res Audio und den LDAC-Codec, dieser Sony Monster Audio Quality Codec. Den konnte ich leider nicht testen, weil iPhone-User haben kein LDAC. Danke, Apple. Nichtsdestotrotz, wir haben auch weiterhin den Gaming-Modus für die geringe Latenz. Das ist wirklich eine gute Sache, auch beim Filme gucken. Wenn irgendwie geschossen wird oder sonst was, hast du einfach keinen Output-Lag. Vor allem in dem Gaming-Modus, der nochmal ein bisschen mehr Gas gibt. Wir haben eine Dual-Device-Verbindung über Bluetooth Multipoint, was ich auch geil finde. Das heißt, du kannst mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden und wenn das eine Gerät ausgeht, kannst du das andere starten und hin und her switchen. Das ist mega praktisch, wenn die Kopfhörer zum Beispiel dauerhaft mit eurem Handy verbunden sind, aber ihr wollt jetzt am Fernseher irgendwas gucken und dann müsst ihr nicht erst das Bluetooth ausschalten, disconnecten, sondern ihr connectet beide und müsst halt bei eurem Handy die Musik ausschalten und dann hört ihr das vom Fernseher. Macht ihr den Fernseher aus oder stoppt ihr den? Könnt ihr Musik beim iPhone wieder anschalten und hört das? Sehr coole Sache. Und was ich auch bei den letzten Soundpeats schon positiv erwähnt habe, wir haben eine super App dafür. Also da können noch einige Sachen gemacht werden, zum Beispiel auch Firmware-Updates. Also bei welchen Kopfhörern gehen bitte Firmware-Updates? Hier direkt, als ich die angeschaltet habe und connected habe, war auch ein Firmware-Update da. Wurde super schnell installiert. Passt, du kannst den Gaming-Mode dort einstellen und kannst verschiedenen Equalizer einstellen. Das hatte ich auch letztes Mal schon positiv erwähnt. Du musst gar nicht den Equalizer an deinem Handy verändern, sondern du kannst ihn in der App einstellen, sodass du, wenn du andere Kopfhörer hast, da nicht betroffen bist und hast einen eigenen Equalizer für deine Soundpeats, was eine ziemlich coole Idee ist. So, jetzt habe ich ja eigentlich schon alles runtergerattert für die Kopfhörer, aber ich möchte nochmal speziell auf den Klang eingehen, weil das ist tatsächlich ein richtig krasses Thema. Ich finde, für den Preisbereich, wir befinden uns unter 70 Euro, ist der Klang fantastisch. Also ich habe vorhin schon im Intro gesagt, ich habe Fernseher geguckt mit Raumschiff und alles PK und es war Wahnsinn. Also es hat mich wirklich richtig reingezogen. Das ist so klar, das ist so ein Raumgefühl, was du da auch bekommst. Das ist wirklich fantastisch. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, die Soundpeats generell sind nicht extrem basslastig. Die sind eher ein bisschen klarer und ich würde auch immer den EQ auf mehr Bassverstärkung stellen. Ich finde es persönlich gut, weil auch EDM und sowas wird klar dargestellt und du kannst wirklich laut Musik hören. Es ist wirklich ein lautes Hören, was noch angenehm ist. Und das spricht immer für sehr viel Klangqualität. Und hier bin ich absolut begeistert. Deswegen wirklich hier auch Fokus auf die Klangqualität. Das ist wirklich 1a top, vor allem für den Preis. Ich bin da wirklich ein bisschen hyped. Und ich möchte noch mal betonen, ich werde für das Review nicht bezahlt. Also ich kann sagen, was ich möchte, aber der Klang ist wirklich, wirklich gut. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch die ganzen anderen Reviews, wo ich auch schon diverse Soundpeats getestet habe. Und bei Soundpeats ist es immer so, hinsichtlich der Bedienung, du kannst irgendwie alles bedienen auf dem Kopfhörer und der App zusammen. Für mich ist es immer ein bisschen überladen, aber ja, für die Leute, die wirklich alles irgendwie über die Kopfhörer schalten wollen, die werden hier super glücklich. Man hat auch in der App die Möglichkeit, die Touch-Funktionalität komplett auszuschalten. Was ich smart finde, weil für die Leute, die das nur übers Handy steuern und einfach nur an, aus und fertig, ist das eine super Alternative, weil dann hat man auch keine Fehlbedienung, muss sich nicht merken, was wo wie touch und wie oft ich links, rechts drücken muss. Also das finde ich eine smarte Idee, dass man das komplett auch ausschalten kann. Ein paar Worte zum Design. Das Case gefällt mir sehr, sehr gut. Es macht einen super hochwertigen Eindruck. Das ist irgendwie so eine verspiegelte Lackgeschichte. Die sieht super hochwertig aus und ist mal was komplett anderes. Finde ich sehr, sehr angenehm. Die Soundpeats an sich haben so eine geriffelte Struktur. Also da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Sieht sehr hochwertig aus. Sind auch gut mit links und rechts markiert. Das Soundpeats-Logo ist sehr deszent. Und in der Mitte oder beziehungsweise am Ausgang des Kopfhörers ist alles so transparent, sodass man wahrscheinlich sehr audiophile Leute da auch was erkennen, was das dann alles ist. Also vom Design her gefällt es mir gut. Es ist auch relativ unauffällig und demnach für mich auf jeden Fall absolut gelungen. Mein Fazit ist ganz klar. Diese Kopfhörer zu dem Preis haben einen fantastischen Klang und ich kann sie nur empfehlen. Das ist absolut richtig nice. Und dementsprechend macht man hier, wenn man in einem Preisbereich von 70 Euro rumhantieren möchte, macht man auf keinen Fall was falsch und wird sehr glücklich mit den Kopfhörern. Jetzt zum Start gibt es auch noch viele Rabatte. Ich habe teilweise minus 20 Prozent auf Amazon gesehen. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Und demnach kann ich die voll empfehlen. Die wandern auch auf meinen Amazon-Store, wo alle Produkte noch mal gelistet sind, die ich mal reviewt habe und die ich empfehlen kann. Alles, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute! Vielen Dank! Vielen Dank.